Ich habe mit sechs Jahren das Fußballspiel angefangen bei der Spielvereinigung Ziegelsdorf, das ist ein kleiner Stadtteil in Regensburg. Anschließend bin ich dann zum SSV und seit 2010 bin ich jetzt auch schon bei der Spielvereinigung. Ich möchte gerne den modernen Teuter verkörpern, natürlich offensives Mitspielen, aber auch auf der Linie sehe ich meine Stärken und dem 1 gegen 1. Mein sechstes Jahr ist es jetzt hier schon in Fürth und ich fühle mich einfach hier in Fürth megawohl, die Stadt gefällt mir richtig gut und bei den Profis auch im Trainingslager und alles hat mir eigentlich richtig gut gefallen und die Jungs haben mich alle super aufgenommen. Ja, liebe Cleveland-Fans, ich bin eure neue Nummer 40, Bastilleach und ich hoffe auf eine geile Saison mit euch.